Zerstöre alle Tickies und für deine Mühe gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Er nennt mich auch Schwaminator. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Es glänzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Das ultimative Randalier-Erlebnis. Ich fühle mich. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. 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 Und ich fühle mich das gut. Ich fühle mich gar nicht. Ich fühle mich, wenn ich nicht mehr schwab. Ich fühle mich. Ich fühle mich ein neuer Schwab. Und ich fühle mich. Eine Erfrischung! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich Spongebob's Unterhose trage! Haua! Bunga! Ha! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen! Das war's für heute! Das war's für heute. Das war's für heute. Geschenke öffnen ist klasse. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Pulsierre. Merde, ich schaffe, ich schaffe und wämmere Außen-Kartier. Das war eine Untertitelung im Auftrag des WDR. Soll das Haus! Pulsierre! Auszeti, ich schaffe, ich schaffe, zu bergen. Der WDR. Der WDR. Sie sind wirklich besser. Sie sind richtig krächig. Den wirrsten WDR. Das war's. Ah, die Gula-Gune. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut.